Ja, dann darf ich alle recht herzlich zu unserem 26. Arbeitskreis Pauschalo, die Unterstützungsgasse begrüßen. Arbeitskreis heißt ja, wir sind heute da zum Arbeiten und wir sind auch da zum Erfahrungsaustausch. Das ist jetzt kein Programm, was wir in einem Arbeitskreis üblicherweise haben. Natürlich Themen, die wir durchsprechen wollen, aber grundsätzlich was von den Teilnehmern kommt. Ich hätte mir das heute so gedacht, dass wir wirklich die Themen einmal angehen, die Sie jetzt stellen oder beziehungsweise auch schon gestellt haben. Also gerade das Thema von soeben, wechselndes Durchführungsweg, solche Themen. Wir richten die Unterstützungsgasse ein für die, die noch nichts haben, aber es kommt immer das Thema, ich habe schon irgendwas Altes, kann der Durchschnittsdurchführungsweg gewechselt werden. Oder wie wir heute kurz vor der Fahrtzeit gesprochen haben, gibt es ja teilweise auch Probleme, Haftungsprobleme, weil sowas falsch gemacht wird. Wie kann man sowas machen? Wir werden uns die Gespräche anschauen. Erstgespräch, Zweigespräch, wie argumentiert man es, wie schaut man, dass man das maßschneidet auf dem Unternehmen, wie man den Nutzen argumentiert und die Geschichten. Und ich denke, wir warten auch noch ein paar, die noch anreisen wollen oder anreisen werden, dass wir uns einfach mal durchgehen, uns vielleicht mal kurz vorstellen und auch mal vorstellen, wo sie die Erwartungen an den heutigen Tag sind, was die Themen sind, die wir heute durchgehen, die wir heute behandeln wollen und was man so als Zielpunkte einfach mal aufstellen.